Wolfi Allai wird präsentiert von Dinosaurier. Allai sie, etwas vom Schönsten, was es gibt auf der Welt. Doch in der Zeit der rasenden technologischen Fortschritte schaffen es immer weniger Menschen, Allai zu sein, ohne sich von einem Bildschirm hypnotisieren zu lassen. Der Wiel gibt so viel Schönes, Berührendes und Aufregendes zu erleben. Ich bin der Wolfi und das ist Wolfi Allai. Sehr viele Menschen schlafen. Die meisten von diesen Menschen schlafen in Betten. Darum ist es sehr wichtig für die Selbstversorgung, dass man sich ein gutes Nest macht. Es ist also die Idealklägenheit, wenn man allein ist, sich darum zu kümmern, ein gutes Bett zu haben. Ich selber habe schon Erfahrung, im selben Bett zu bauen, weil ich mir selber schon ein Bett gebaut habe. Mein Bett besteht aus Obsthares, einem Brett, einem Lattenrost und einer Matratze. Und so schlafe ich jede Nacht wie eine Königin. Aber noch lange nicht alle Menschen kommen von sich behaupten, in einem selbstgemachten Bett zu schlafen. Für jemand anderes ein Bett bauen ist nicht nur eine gute Beschäftigung, wenn man allein ist, sondern man tut auch etwas Gutes für andere Menschen. Und so schlafen, Vielen Dank. 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 Bye. 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 Okay. Bye. 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 Bye.